Manche Stoffe können nicht durch die Zellmembran oder Tunnelproteine wandern. Weil diese Stoffe aber trotzdem in die Zelle hinein und aus der Zelle hinaus müssen, hat sich hierfür ein anderer Mechanismus entwickelt, die Zytose. Hi, ich bin Luke und wir schauen uns heute die Endo- und Exozytose an. Kurz gesagt ist die Zytose, dass die Zelle die Stoffe, die transportiert werden sollen, in membranumschlossene Bläschen packt, die man auch Vesikel nennt. Und diese Bläschen entweder mit der Zellmembran verschmelzen, um die Stoffe auszuwerfen, oder durch die Membran gebildet werden, um Stoffe aufzunehmen. Starten wir mit der Endo-Zytose. So nennt man die Aufnahme von zellfremdem Material in die Zelle. Das geschieht durch Einstülpen und Abschnüren von Teilen der Zellmembran. Hier könnt ihr das genauer sehen. Wenn man die Endo-Zytose genauer betrachtet, gibt es drei Varianten. Die Phagozytose, die Pino-Zytose und die rezeptovermittelte Endo-Zytose. Bei der Phagozytose werden feste Moleküle aufgenommen, wobei das sogar ganze Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien sein können. Die Pino-Zytose beschreibt die Aufnahme von flüssigen oder gelösten Bestandteilen. Die rezeptovermittelte Endo-Zytose ist eine sehr wichtige Form der Endo-Zytose, weil sie es erlaubt, dass die Zelle spezifische Stoffe aus der Umgebung aufnehmen kann. Dafür hat sie auf der Zelloberfläche spezielle Rezeptoren, die nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip mit dem jeweiligen Stoff zusammenpassen. Diese Rezeptoren sind meistens in kleinen Grüppchen angeordnet und bilden sogenannte Coated Pits. Sobald jetzt ein an die Rezeptoren passendes Molekül bindet, stülpt sich die Membran ein und schnürt sich ab. Das Molekül ist dann in einem Vesikel in der Zelle. Der große Vorteil von dieser Variante ist es, dass die Zelle auch Stoffe, die außerhalb der Zelle nicht in hoher Konzentration vorliegen, selektiv aufnehmen kann. So, nun haben wir alle diese Stoffe aufgenommen, jetzt müssen wir auch wieder welche abgeben. Bei der Exo-Zytose unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei Varianten, der konstitutiven und der stimulierten Exo-Zytose. Die konstitutive Exo-Zytose läuft einfach so ab. Es benötigt keine äußeren Reize zur Aktivierung. Bei dieser Form der Exo-Zytose werden Membranproteine in die Membran eingebaut und die Membran wird gleichzeitig erweitert oder erneuert. Außerdem werden bei der konstitutiven Exo-Zytose auch Proteine in den Bereich außerhalb der Zelle, den Extra-Zellularraum gebracht. Das findet man zum Beispiel sehr häufig im Bindegewebe, wo eine besondere Stabilität benötigt wird. Das Ganze könnt ihr euch auch hier nochmal kurz genauer anschauen. Die rosanen Einsätze sind die Membranproteine. Die stimulierte Exo-Zytose erklärt sich jetzt ja schon fast von selbst. Um die stimulierte Exo-Zytose auszulösen, benötigt es einen Reiz. Der kommt meistens durch ein Hormon, das nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an einen Rezeptor auf der Zelloberfläche bindet. Dadurch werden die verschiedenen Prozesse in der Zelle ausgelöst, die dafür sorgen, dass ein oder mehrere Besiegel zu Zellmembran wandern, mit ihr verschmelzen und ihren Inhalt in den Zellzwischenraum abgeben. Das bekannteste Beispiel hier ist wahrscheinlich das Ausschütten von Neurotransmittern an der Synapse. Wenn ein elektrisches Signal im Endknöpfchen ankommt, öffnen sich spannungsabhängige CH2-plus-Ionenkanäle und die Ionen strömen in das Endknöpfchen. Durch diesen Einstrom werden verschiedene Prozesse in Gang gesetzt, die dann dafür sorgen, dass wir Siegel, gefüllt mit Neurotransmittern, zu Membran wandern, mit ihr verschmelzen und die Neurotransmitter ausschütten. Also, fassen wir nochmal kurz alles zusammen. Wir haben das Aufnehmen von Stoffen, die Endocytose, mit drei Varianten. Die Pinocytose für die Aufnahme von Flüssigkeiten, die Phagocytose für die Aufnahme von Feststoffen und die Rezeptor vermittelte Endocytose zur gezielten Aufnahme von spezifischen Stoffen. Bei der Abgabe von Stoffen, der Exocytose, gibt es zwei Varianten. Die konstitutive Exocytose, bei der zufällig Vesikel zur Zellmembran wandern und mit ihr verschmelzen und die stimulierte Exocytose, bei der nur auf einen bestimmten Reiz hin Vesikel zur Zellmembran wandern und mit ihr zu verschmelzen. So, das war meine kurze Erklärung zur Endo- und Exocytose. Falls ich euch helfen konnte, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr auch in Zukunft Hilfe im Video brauchen könnt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.